Aktionsbündnis Sauberhafte Nordstadt und Tierschutzverein appellieren an Hundehalter. Kot der Tiere entfernen. Hundehaufen sind ein Ärgernis in den Grünanlagen am Roten Weg, nördlich der Reichenberger Straße, aber eben nicht nur dort, sondern auch in anderen Teilen der Stadt. Der Aktionsnachmittag an der Ecke Tulpenweg-Roterweg war eingebunden in das Projekt Hin und Weg für eine Sauberhafte Nordstadt. Im Fokus stand deshalb das Ziel, ein Bewusstsein für den rücksichtsvollen Umgang mit Tieren im öffentlichen Raum zu schaffen und dazu gehört es eben auch, die Hinterlassenschaften der Tiere zu beseitigen. Wer auf den grünen Wiesen herumtollt oder im Herbstlaub Kastanien sammelt, möchte dabei kaum in einen Hundehaufen treten oder greifen. Wer sich vor den Hinterlassenschaften des eigenen Hundes ekelt, kann auf praktische Gerätschaften, wie am Aktionstag demonstriert, zurückgreifen. Interessant war außerdem, dass der bloße Anblick eines Haufens, der aus einem Zellulosebrei bestand und lediglich zu Schauzwecken diente, ebenso intensiv Ekelgefühle hervorrufen konnte, wie ein echter Haufen. Insgesamt war die Resonanz der Besucher am Aktionstag sehr positiv.